Moin sehen ihr Füchse und Füchse denn da draußen, ich bin euer Blaupux und begrüßt euch wieder recht herzlich zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Im letzten Part war es echt mal ein bisschen, also ich musste jetzt, ich musste erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen, ich konnte letztens mal gar nicht direkt überkommentieren, aber jetzt mal ernsthaft Leute. Im letzten Part hat Rivet ja herausgefunden, dass die gute Kit ihr wohl den Arm abgerissen hat. Klar war sie da nicht sie selbst, sondern sie war ja noch dieser böse, darauf programmierte Roboter, also kann sie nicht unbedingt was dafür. Aber dieser Moment, wenn Rivet es merkt, ja, holy, Gänsehaut oder was? Und jetzt mal ganz ernsthaft, das Spiel war bis jetzt die ganze Zeit auch immer so eher witzig und sieht aus wie so ein Uncharted für Kinder würde ich erstmal sagen, ne. Aber auch dieses Spiel hat seine emotionalen Momente und das hat mir sehr gut gefallen, ich bin, ich hoffe es wird ein Happy End, also, oh Gott, ich hoffe es wird gut ausgehen. Naja, wir sind jetzt dabei die anderen zu finden, denn wir wurden getrennt. Ich habe da irgendwie, äh, quasi gar nicht mehr übersehen. Das geht natürlich nicht, meine Lieben. Komm ich da nochmal wieder zurück. Mal sehen, äh, ja. Geht ja gar nicht sowas. So, Folge 40 übrigens erreicht. Wird länger als gedacht, aber freut mich natürlich, dass man entsprechend viel Spiel fürs Geld bekommt. Und dann ist es halt auch noch alles so gut. Guck nochmal. Hui! Reaktoreffizienz optimal. Ja, das hört man auch gern, dass die Reaktoreffizienz optimal ist, ne. Mrs. Dockon, hallo. Wenn du es bei Miss Dockon kaufst, ist es Qualität. Das glaube ich dir. So, wir haben 35 Raritanium. Direkt mal den Supernova-Sturm aufpippen, weil den finde ich an sich ne neise Sache. So, einmal drumherum. Was bringt das Ganze jetzt? Oh, wenn die Hitzanzeige über 50% steigt, verursachen alle Schüsse 25% mehr Schaden. Das ist nice. It's nice. It's nice. So. Verlängert die Zeit, bis eine Waffe überhitzt. Waffe kühlt schneller ab. Nice, nice, nice. Und schon haben wir auch nur noch 15 Raritanium. Das geht leider ganz schnell. Der Aggressor. Hier gibt es noch was Neues. Ah, nice. Erhöht das Munitionslimit. Den Aggressor habe ich mich ja auch ein bisschen verliebt, ne. Muss ich ja sagen. Der ist halt, der ist halt auch nice. So, was haben wir hier? Schussrate ist erhöht. Wirkungsbereich wird erhöht. Volldampf. Und Schaden wird erhöht. So, gucke mal. Ich habe noch drei Stück. Noch jemand offen. Bombardierer. Ah, die Kaltfront. Schade. Habe ich erst jetzt gesehen. Können wir ja trotzdem schon mal mit anfangen. Zack. Eins. Gut. Aber ist ja kein Problem. Ich werde dich vermissen, Sweetie. Ich dich auch misssorgen, aber keine Sorge. Ich komme ja wieder, ne. So. Ja. So, dann wollen wir doch mal wieder. Da würde ich auch erst mal von ausgehen. So, wir nehmen den Aggressor. Oh, Rufus. Okay, wir kriegen ja auch so ein bisschen Necromancer. Jetzt muss ich irgendwie zum Verarbeitungszentrum. Necromancer Diablo-Wipes. Alter, wir sind inzwischen aber auch schon ein bisschen übel drauf, ne. Abschlepp. Abschlepp-Fangare. Was für das Ding? Es gibt wieder Raritanium. Ich muss erst mal einen Überblick über die Map sammeln. Ach, guck mal. Da geht es zu einem Gold-Roll. Den holen wir es natürlich auch noch. Ein kleiner Rückschlag. So, uns fehlt auf jeden Fall noch der Kopfjäger. Was für ein sinnloses Sicherheitssystem, oder? Wo ich einfach so durchrutschen kann. Mega easy. Da ist der Gold-Wall. Der war ja mal relativ easy. Wie das glänzt. Und wie golden es aussieht. Okay. Oh, gibt es nochmal eine Menge Bowls? Das ist wieder so ein Piratenschiff. Oh, ein Piratenschiff. Okay, dann wieder zurück. Und wir setzen unseren Weg fort. So, ich muss das jetzt nochmal lesen. Was stand da? Abschlepp irgendwas? Ich glaube, ich habe wieder leichte Lese-Schwäche heute. Dann wollen wir mal das Terminal aktivieren. Activate. Okay. Bitte einfach um die wirbelnden Tentakel herumarbeiten. Okay. Und. Dann werden wir das auch noch aktivieren. Ah, okay. 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 Wait a second. Oh. Okay. Das sieht insgesamt echt aus. Als hätten wir langsam ein Problem. Zack. Let's go. Partypilz ist mit am Start. So, was war ich noch am leveln? Ich liebe es, auch Störungen zu beseitigen. Nice. Achso, mit unserer kleinen... Wir schauen mal. Irgendwo geht es hier schon rein. Mit unserer kleinen Privatarmee sind wir inzwischen echt ganz gut unterwegs. Also. Wahnsinn. Aber sehr geil. Also, ich habe da Raritanium gesehen. Erst die Poles. Dann das Raritanium. Was sagt die Map? Wo ist das? Ist das hier noch draußen? Was ist da oben? Da kommen wir, glaube ich, nicht von außen ran. Das wird so ein Ding von drinnen sein. Ja. Kommen wir mich da oben gleich rein. Alles klar. Let's go. Ich habe da, glaube ich, einen Weg gefunden. Ich sag ja, die Rifts werden immer schlimmer. Die ganzen Welten verschmilzen jetzt miteinander. Es wird nicht einfacher. Oh Gott. There we go. Macht dir keine Sorgen. Die sind schon noch hier. Ich hoffe, es wird alles noch irgendwie gut werden. So, da ist Raritanium. Damit haben wir das auch. Okay. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Da sehe ich noch mehr. Da gucken wir gleich. Wir können irgendwie Hornchen oder was? Okay, wir haben schon mal Clank gefunden. Es geht voran. Und hier ist ein Infobot. Und noch mehr. Unten. Goldbolt ist hier auch noch. Unten ist alles unten. Okay. Wir gehen erst mal weiter. Oh, vorsichtig. Immer ein bisschen die Belüftungsanlage zerstören, ne? Wieso auch nicht? Mann, diese Beute ist es nicht wert. Wir müssen hier ausbrechen. Alter, dein Bizeps würde da niemals durchpassen. Dein Bizeps würde da niemals durchpassen. So, neun von zehn Spion-Bots. Auch das läutet leider langsam das Ende ein. Wir können ja mal gucken, rüstungsmäßig. Ich habe bei Rivet nie geguckt, was die hat. Die hat ja wahrscheinlich die gleichen Sachen wie... ...wie der gute Clank. Guck mal, ob es irgendwas Cooles gibt inzwischen. Die meisten verdecken halt das Gesicht. Und ich sage, wie es ist. Ich finde, ihr Standard-Auffit einfach ziemlich nice, Anna. Ja? Deswegen lassen wir das auch so, wie es ist. Mir gefällt Rivet's original Charakter-Design einfach super gut. Oh, hier ist ein Sandhai. Er hätte nicht hier reingekommen. Nee, da hast du recht. Aber wahrscheinlich werden wir die alle öffnen müssen. Na? Hey, wir haben beschlossen, dich nicht mehr umzubringen. Lässt du uns raus? Sie denkt darüber nach. Wir haben beschlossen, dich nicht mehr umzubringen. Hier sind die Piraten. Wer, du willst dann meine Beute? Ganz sicher nicht. Jetzt kommt drauf an. Du weißt ja nicht, mein Ratchet. Rivet, sie wollen deinen Roboter laufen. Verbrennen. Verbrennen? Ich rette dich, Booth. Die Krubel, wieder! Hier wird niemand verbrannt. So, erstmal umgucken. Hier sind die Kumpels. Oh, sogar das Schaf ist mit am Start. Ja, wie geil ist das denn? Oh, lol. Oh, hier ist auch so eine Mücke. Wir machen jetzt erstmal alle frei und hoffen, dass die Gegner vielleicht jetzt einfach die bleiben, weil wir sie verfreien. Deine Freunde sind dort entlang. Falls du Hilfe brauchst, kümmere dich um sie. Und danke. Wir machen hier weiter. Du hast mich erschreckt. Zum Ausruhen fehlt uns aber leider die Zeit. Oh, oh. Oh, danke. Sie haben Ratchet und Kit durch diese Tür gebracht. Irgendwas mit Hochsicherheitskräften. Wir holen sie noch ein. Und, ähm, ich bin froh, dass es dir gut geht, Clank. Ebenso. So, ich guck einmal kurz auf dem Map. Gibt's hier noch Raritonium? Hier seh ich nämlich noch welches. Wo ist das? In der Zähne drinnen. Ja, siehste wohl. Okay. Ich wechsle wieder auf den Aggressor. Es geht weiter. Oh. Oh. Die kann man... Oh, die konnte... Alter, das ganze Glas, Mann. Moin. Das ist mein Gefangener. Ich bin euer Herrscherin. Niemand wird mir entkommen. Dort, da sind sie. Und da gehen sie. Oh, keine Emotionen mehr. Bin leer. Okay, warte, dann nehmen wir ihn hier wieder. Die Supernova. Muss auch noch ein bisschen weitergelevelt werden. Und wen wir auf jeden Fall noch für die Party brauchen. Mr. Partypilz. Das Transferzentrum ist offen. Dahindurch kommen wir zu Ratchets und Kits Zelle. Geht gleich los. Das ist ja noch chaotischer als auf Sabat. Es tut mir leid, dass ich das zurücklese weiß. Es war kompliziert. Ich verstehe. Es herrschte großes Chaos. Nein. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Es war das Chaos. Genau, genau. Das Chaos. Keine emotionalen Sachen oder so. Es war nur das Chaos. So, wir looten natürlich erstmal. Der Loot tut gut, meine Lieben. Ihr wisst es. Jetzt kommen wir nochmal richtig die Bowls zusammen. Brauchen wir aber auch, wenn wir ein bisschen Sorkon Superwaffe am Ende noch kaufen wollen. Ah, hier. Raritanium. Hier noch irgendwie was. So, ich gucke mal kurz wieder auf. Da ist noch ein Goldener Bowl. Und zack. Der war recht und versteckt. Ginge. Kommt man ja quasi schon sehen, Bowls. So, noch fünf Stück. So, hier haben wir noch ein bisschen Kisten. Du bist schön geschlafen gerade. Also, hatte Aufnahmepause. Hat momentan ja Urlaub und deswegen binge ich das hier gerade durch, weil ich so Bock auf das Game habe. Und, äh, hatte dann jetzt gerade Schlafenspause sozusagen. Bin also voll erholt. Heute sind wir wieder zur Höchstleistung bereit. Ich sag euch das. Ich hab das richtig im Gefühl. So, wir brauchen unsere Robi, 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 Freunde. Und unsere Supernova wieder. So, haben wir noch wieder Aggressor am Start ein bisschen. Ist jetzt leider auch schon wieder leer. Dann würde ich sagen, die klingeln. Wo sind meine Spezialgefangenen? Wo sind meine Spezialgefangenen? Äh, äh, äh. Tja, dann jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Dann nehmen wir mal den hier. Man kann halt nicht immer nur levelen. Manchmal muss man auch ein bisschen Leistung bringen. So. Schlaf, hier bist du denn, Alter. Oh, jetzt ist aber auch hier Ende Gelände. Zack. Okay, kurz die Map gecheckt. Hier ist nichts mehr. Schau, jetzt kurz noch Loot und Heilung. Ich bin tatsächlich mal nicht ganz vollgeheilt. Das fühlt sich unangenehm an. Das kennt wir sonst ja gar nicht. So. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Okay, dann arbeiten wir uns mal weiter vor. Was nehmen wir denn jetzt mal? Meine ganzen coolen Waffen sind leer. Dann nehmen wir mal den Blitzschlag, wa? Sie haben die Brücke deaktiviert. Es muss eine manuelle Notfallsteuerung geben. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich sehe sie schon. Sie befindet sich direkt hier. Let's go. Guckt euch mal das scheiß Wasser an. Wie unfassbar so das Wasser aussieht. Okay, hab ich den Mr. Party-Pilzler noch am Start? Jo. Nein, nicht jetzt! Ähm, ich will dich ja nicht drängen. Aber Ratchet und Pit sollen verlegt werden. Wir geben unser Bestes. Boats. Wow, immer drauf meddeln. Immer drauf meddeln, Leute. Ja, ja. Okay, ist aus. Aber sind die wieder am Start? Was haben wir noch? Ja, Hahn, du musst dich jetzt kurz entspannen. Der Hund, Alter. Dann. So. Meine Lieben, der Hahn hat gekriegt und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen ganz kleinen gewöhnlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Ciao, folks. Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017